Moin! Wie geht's? Leute! Ich hab echt Schwierigkeiten! Neben mir hängt so ein komischer Dussel! Zeig dich mal! Hallo! Er ist so ein richtiger Scheißkerl! Ich weiß nicht wieso! Hol mir das! Oh! Oder? Wo ist sie denn? Hier ist sie! Wenn so ein Zug eine Vollbremsung macht! Oh! Sorry! Dann werden die Reifen ganz schön heiß! Und dann schlittert er so viel ab! Dass der Zug einen Flatspot hat! Wisst ihr was ich mein? Ist das nicht so geil? Vor allem! Feuer! Wenn so ein Zug gebrochene Achsen hat! Dann hält man auch keine Skateboard-Achsen oder sowas! Dann braucht ihr schon richtig teuer Geld in euren Taschen! Wisst ihr was ich mein? Das ist nicht mal eben so rein und raus und Geld her! Versteht ihr? Ja! Junge! Ja! Ja! Alles drauf! Alles drauf hier! Ja! Na! Ja! 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 Oh! Nein! Ist schon aus! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zückt den Knaller! Irre! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Oh Leute! Was ist los? Guckt euch die Maus an! Der Hammer! Hier! Mit Licht! Der Killer! Hammer! So was habt ihr nicht zu haus! Oder? Hast du sowas? Du hast ne Hexe! Super! Hast du auch ne Rolle? Hier! Ohne Flatsport vom Zug! Oder hier! Der Aldi von Maxi! Cool, wa? Also noch was cooles? Zappo! Alter Zappo! Geht nicht mehr hier! Cool! Feuerstein alle! Scheiße! Scheiße! Was sagt denn? Hör mal! Bist ihr bescheuert? Okay Leute, der Wahnsinn hat allmählich an... allmählich an Ende! Ich entschuldige mich für jegliche Versprecher! Ja! Versprecher! Ich outen mich auch mal! Ich bin der Burger King! Darth Burger King! Diese Frisur! Der Wahnsinn! Ja! Macht's gut! Verpiss dich! Stirb! Ja! Das war's dann! Tschö!